Man spricht davon als die Architektur des Universums und sogar als Fingerabdrücke der Götter. Heilige Geometrie findet sich in der gesamten Natur. In der Tat ist sie überall um uns herum, ein Aspekt der wahren Matrix, sofern du Augen hast, um sie zu sehen. Sie ist auch eines der ganz wenigen Themen, welches sich gleichzeitig sowohl auf das Denken der linken Gehirnhälfte als auch auf das Denken der rechten Gehirnhälfte beruft. Es befriedigt das Bedürfnis der linken Gehirnhälfte nach logischen, sequenziellen und objektiven Daten oder einfach gesagt, die Teile zu betrachten. Es befriedigt auch das Bedürfnis der rechten Gehirnhälfte nach zufälligen, intuitiven und subjektiven Daten, also das Ganze zu betrachten. Es ist einfach nicht möglich, alle Aspekte der heiligen Geometrie abzudecken. Menschen haben ihr gesamtes Leben damit verbracht, über nur einen Aspekt der heiligen Geometrie nachzudenken, wie etwa ein Rabbi, der den kabbalistischen Baum des Lebens studiert. Ich werde mein Bestes geben, um dich in die Grundlagen einzuführen und hoffentlich dich dazu anzuregen, eigene Forschung zu betreiben. Der einzig logische Punkt, um zu beginnen, ist dort, wo die Natur ihr erstes Muster schuf. Natur kann man auch mit Gott oder Geist ersetzen, was immer dein bevorzugter Begriff ist, es spielt keine Rolle. Beschreiben Sie doch alle dieselbe Realität, die wir miteinander teilen. Es ist auch interessant zu erwähnen, dass die Genesis der Bibel im Wesentlichen genau diesen Prozess beschreibt, den ich dir gleich zeige. Jedoch sollte dazu gesagt werden, dass dieses Wissen höchstwahrscheinlich von den altägyptischen Mysterienschulen genommen wurde und seinen Ursprung nicht in der Bibel hat. Am Anfang war die Lehre und in dieser unendlichen Lehre ist der Geist Gottes. Dieser Geist hat bisher noch nichts manifestiert. Also das Horusauge, welches ich hier verwende, um den Geist Gottes zu repräsentieren, ist keine Wirklichkeit. Mit anderen Worten, Gott und die Lehre sind im Grunde eins. Ganz offensichtlich kann ich euch die Einheit von Gott und der Lehre nicht zeigen, da sie nicht gleichzeitig dargestellt werden können. Das ist das Wesen der Lehre. An diesem Punkt gibt es keine Dimensionen oder Raum und es gibt keine Zeit. Und es gibt auch nur zwei Möglichkeiten für Gott, im Zustand der statischen Omnipräsenz zu verbleiben oder damit beginnen, zu erschaffen. Gott wird schließlich irgendwann mit der Schöpfung beginnen, aber da es keine Zeit gibt, ist es irrelevant zu fragen, wie lange es gedauert hat, bis Gott entschied, mit der Erschaffung der Realität zu beginnen. Okay, also jetzt hat Gott entschieden, mit der Schöpfung zu beginnen. Aber bevor das geschehen kann, muss Gott zuerst die Leinwand erschaffen, auf der er sein Meisterwerk malen wird. Das erste, was Gott tut, ist, die drei Dimensionen zu erschaffen. Gott tut dies, indem er einen Bewusstseinsstrahl von einem Punkt aus in alle sechs Richtungen projiziert. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, oben und unten, in gleichem Maße. Beachte, dass die Lehre unendlich ist und dass Entfernung noch nicht definiert wurde. Es tut also nichts zur Sache, wie weit die Strahlen vom Punkt aus projiziert wurden. Das macht keinen Unterschied. Du musst auch verstehen, dass das, was ich hier grafisch darstelle, keine Realität ist. Sprich, die erschaffenen Strukturen sind in keiner Weise materiell. Es sind imaginäre Linien, sie sind pures Bewusstsein. Du musst das Video möglicherweise öfters pausieren oder mehrere Male anschauen, bevor die Schlussfolgerungen daraus für dich wahrnehmbar werden. An diesem Punkt ist Gott auf halbem Weg zur Erschaffung des Raums. Um diesen Prozess abzuschließen, muss Gott ein paar Grenzen definieren, denn, wie ich zuvor erwähnt habe, ist die Lehre unendlich. Und wenn keine Grenzen definiert sind, dann bleiben relative Bewegungen des Bewusstseins unmöglich. Um Grenzen zu definieren, muss Gott nur Folgendes tun, nämlich jeden Punkt mit jedem anderen Punkt zu verbinden. Das Schöne daran, tatsächlich der gesamte Vorgang an sich ist, dass Gott keinen Fehler machen kann. Es ist einfach unmöglich. Sobald alle Enden verbunden sind, erhalten wir einen Oktaeder, welcher, von der richtigen Position aus betrachtet, ein Hexagramm zum Vorschein bringt, auch als Davidsstern bekannt. Nun, da einige Grenzen definiert wurden, sind relative Bewegungen möglich. Der einzelne Punkt des Bewusstseins kann sich nun von der Position wegbewegen, wohingegen es vorher ja nichts gab, zu dem man sich in Relation bewegen konnte. In der Bibel wurde Eva angeblich aus Adams Rippe geschaffen. Offenkundig hat dies keine Relevanz zur heutigen Welt, außer vielleicht bei unnatürlichen Methoden zur Fötuserzeugung. Aber wenn man diese Geschichte mit dem nächsten Schritt in dem Prozess vergleicht, dann kannst du damit anfangen, die Idee zu verstehen, dass die Bibel vielleicht nur eine exoterische Neuschöpfung eines älteren esoterischen Wissens ist. Der Oktaeder besteht ausschließlich aus geraden Linien. In der heiligen Geometrie werden gerade Linien als männlich angesehen und gekrümmte Linien als weiblich. Also an diesem Punkt haben wir eine rein männliche Form. Deshalb halten die Freimaurer das Männliche für das erschaffende Prinzip. Der nächste Schritt beinhaltet die vollständige Drehung des Oktaeders um alle drei Achsen, die zuvor definiert wurden. Nochmal, es kann kein Fehler gemacht werden. Es ist egal, in welche Richtung er gedreht wird und in welcher Reihenfolge die Achsen gewählt werden. Das Endresultat wird immer sein, dass die Eigenschaften einer perfekten Kugel aufgespürt, aufgezeigt werden. Nun haben wir eine rein weibliche Form. Eva wurde nun aus Adam erschaffen. Gott hat nun eine perfekte runde Membran erschaffen und wieder bleiben nur zwei Optionen. Entweder bleibt es statisch und erforscht diese imaginäre Form bis in alle Ewigkeit oder kann den bisher beschriebenen Vorgang wiederholen. Der einzige Unterschied ist, dass Gott jetzt einen Bezugspunkt hat, die sphärische Membran, um darin den Vorgang zu wiederholen. Es macht keinen Unterschied, an welcher Position auf der Membran der Vorgang gestartet wird, ist es doch eine perfekte Kugel und somit sind alle Punkte identisch miteinander und es kann nichts falsch gemacht werden. An diesem Punkt weiß Gott nur zwei Dinge zu tun, einen Oktaeder projizieren und eine kreisrunde Membran zu erschaffen und seinen Punkt der Aufmerksamkeit auf dieses Neuerschaffene hinzubewegen. Der nächste Schritt wird in der Genesis der Bibel beschrieben und demnach spricht man bei diesem Vorgang üblicherweise vom Genesis-Pattern oder auch dem Samen des Lebens. Also bewegt sich Gott zur Oberfläche der neu geschaffenen Membrane und beginnt mit der Projizierung eines weiteren identischen Kreises. Genesis Kapitel 1 Vers 2 Dies hat eine ganz spezielle Form geschaffen, genannt Vesica Piscis oder Fischgefäß. Diese Form findet sich zweimal in deinem eigenen Körper. Die Erscheinung des menschlichen Auges hinter den Augenlidern und auch die Linse innerhalb des Auges, welches das Licht fokussiert. Die Aussagekraft dieser Verbindung demonstriert sowohl eine Linkshirn- als auch eine Rechtshirn-Idee und es hat mich auf jeden Fall schockiert, als ich zum ersten Mal damit Bekanntschaft machte. Nochmal, Gott hat nur zwei Optionen, bewegungslos bleiben oder eine weitere Sphäre erzeugen. Um die dritte Sphäre zu erschaffen, bewegt sich Gott zu dem, was neu erschaffen wurde, nämlich diesem Kreisäquator, der von den zwei sich überschneidenden ursprünglichen Sphären erzeugt wurde. Und nochmal, es ist egal, an welcher Stelle Gott den Mittelpunkt der dritten Sphäre bestimmt, da alle Punkte darauf identisch sind. Nachdem die dritte Sphäre erschaffen wurde, gibt es nur noch eine Regel, an die sich Gott für die Erschaffung der restlichen Sphären hält, welches die erste Stufe dieses Schemas vollendet. Die Regel ist, bewege dich immer zu den innersten Punkten, bevor du eine neue Sphäre projizierst. Daraus resultiert ein perfekter Vorgang und das verhindert, dass ein chaotisches Wirrwarr erzeugt wird. Bei der Erschaffung jeder neuen Sphäre werden mehr und mehr Strukturen bzw. Informationen verfügbar, so wie die zuvor erwähnte Form des Wesikapiskes. Die darin enthaltenen Strukturen nach jeder neu hinzugefügten Sphäre sind viel zu umfangreich, um sie hier detailliert abzuhandeln. Bleibt zu sagen, nachdem in einer wirbelnden Bewegung sieben Sphären geschaffen wurden, erhalten wir als Resultat die Struktur, die als Same des Lebens bekannt ist. Diese einfache Struktur bildet die Grundlage für die Erschaffung aller Materie und des Universums an sich. Sie lässt auch eine Form entstehen, die als Röhrentubus bekannt ist, wenn die Struktur um einen zentralen Punkt herum gedreht wird. Dies ist die einzige existierende Form, die sich in sich selbst verschränken kann. Sie setzt sich aus sieben identischen Segmenten zusammen, die sich optisch mittels der sieben Farben des Lichtspektrums darstellen lassen. Der Same des Lebens ist noch nicht das vollständige Muster. Es gibt noch zwei Schritte zu tun, von denen jeder eine neue Ebene freilegen wird und ebenso einen neuen Satz an Mustern und Informationen. Der Regel folgt sich immer zum innersten Punkt zu bewegen, bevor projiziert wird. Er schafft Gott sechs weitere Sphären auf der bereits vorhandenen Same des Lebens Struktur. Diese Bewegung wird oft als die zweite Wirbelbewegung bezeichnet. Dieser Vorgang wird noch einmal wiederholt. Die dritte Wirbelbewegung, welche nun die nächste vollständige Struktur entstehen lässt, bekannt als die Blume des Lebens. Dieses Muster wird in der gesamten antiken Welt gefunden, aber die älteste Darstellung wurde im Osiris-Tempel in Ägypten gefunden, in das Granitgestein geritzt, mit einer der modernen Wissenschaft unbekannten Technik. Noch mal, wenn wir durch zwei weitere wirbelartige Bewegungen gehen und weitere Sphären der Blume des Lebens hinzufügen, erreichen wir schließlich die nächste neue vollständige Ebene, die finale Ebene, die Frucht des Lebens. Gott ist nun fertig mit der Erschaffung des Musters, welches als Vorlage für alle materiellen Dinge benutzt wird. Bedenke, dieses Muster ist immer noch völlig imaginär, nur Bewusstsein an diesem Punkt. Du beginnst möglicherweise nun, die Grundlage der Idee zu begreifen, dass wir in einem holographischen Universum leben. Alles kann auf zwei Dinge reduziert werden, Struktur und Bewusstsein, obwohl ja auch die Struktur durch das Bewusstsein hervorgebracht wird. Es ist ein lustiges Gefühl zu wissen, dass man eine Schöpfung von Gottes Bewusstsein ist, in Anbetracht dessen, wie solide und real die physische Welt erscheint. Ich werde dir nun weitere Anleitungen zeigen und hoffentlich wird dir dann klar, wie speziell die heilige Geometrie sein kann. Wie zuvor werde ich die zweidimensionalen Muster verwenden, um dir verschiedene Dinge aufzuzeigen, denn dies ist einfacher zu begreifen als ein vollständig dreidimensionales Muster. Du musst dir aber vergegenwärtigen, dass die tatsächliche Struktur vollständig dreidimensional ist, und das sollte dann ersichtlich werden, wenn wir die platonischen Körper besprechen. Nach dem Röhrentubus und dem Fischgefäß kann man als nächstes den sogenannten Baum des Lebens zeigen, abgeleitet aus dem Same des Lebens Muster. Er gilt üblicherweise als mystisches Konzept in der Kabbalah und als ein Motiv in verschiedenen Weltreligionen und Philosophien. In der Kabbalah wird es als Werkzeug benutzt, um das Wesen Gottes zu verstehen und die Art und Weise, wie Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Die Details dieser speziellen Lehre sind zu kompliziert, um sie an dieser Stelle mal kurz zu überblicken. Die nächste Struktur ist als das Ei des Lebens bekannt. Wenn wir zur zweiten Winkelbewegung weitergehen, so wie im vorigen Video beschrieben, und alle Kreise aus der Same des Lebensstrukturs bis auf den mittleren entfernen, erschaffen wir diese neue Form, bestehend aus acht Sphären. Diese Form ist dreidimensional, aber aus unserer zweidimensionalen Perspektive sind wir nicht in der Lage, die achte Sphäre zu sehen, die sich hinter dieser zentralen Sphäre befindet. Dieses Muster ist das Ausgewogenste für acht Sphären, die in direkter Verbindung zueinander existieren. Der Grund, warum es Ei des Lebens genannt wird, ist, weil die Natur diese Form beim Vorgang der Bildung eines Embryo benutzt, in jedem einzelnen Lebewesen auf diesem Planeten, ohne Ausnahme. Die Natur hat sich für diese Form entschieden, weil es die symmetrischste und harmonischste Form ist. Wir gehen nun weiter zu dem wohl wichtigsten Satz an Ableitungen, der sowohl optisch als auch mathematisch die Schönheit der heiligen Geometrie demonstrieren kann. Wenn wir die Frucht des Lebens Strukturen nehmen, im vorigen Video zu finden, und diese 13 Kreise extrahieren, so erhalten wir das, was als heiliger Archetyp, als Metatrons Würfel bekannt ist. Das kann man sich vorstellen als eine Erweiterung vom Muster des Ei des Lebens, als da acht Sphären in diesem zentralen Teil vorhanden sind, aber zusätzlich noch eine weitere Sphäre, angehängt in perfekter Ausrichtung, zur Ecke von jeder der zentralen acht Sphären. Insgesamt sind 16 Sphären in der dreidimensionalen Version von Metatrons Würfel vorhanden. Es ist auch interessant festzustellen, dass der Hypercubus, auch Tesseract genannt, ganz leicht aus Metatrons Würfel abgeleitet werden kann und daher buchstäblich dieser Form einen weiteren Aspekt der Dimensionalität hinzufügt. Diese Anordnung von Sphären ist geometrisch perfekt, also hat das Hinzufügen oder Entfernen von Sphären, wie zuvor bei der Transformation vom Ei des Lebens hin zu Metatrons Würfel aufgezeigt, keinen Einfluss auf die Richtigkeit der Geometrie an sich. Aus diesem Grund solltest du nun in der Lage sein, die Idee des Hologramms, wie am Ende des vorherigen Videos gezeigt, zu begreifen. Wir haben gerade aus einer 3D-Struktur heraus auf ein 4D-Konzept hingedeutet. Weil wir jedoch die 4D-Dimension nicht direkt wahrnehmen können, gibt es an dieser Stelle nichts weiter zu sagen. Der am meisten beachtete Aspekt von Metatrons Würfel ist seine Beziehung zu den platonischen Körpern. Es sollte noch erwähnt werden, dass obwohl Platons Name mit diesen Formen verknüpft ist, wurde jedoch entdeckt, dass die Menschen im späten Neolithikum bereits Ornamente aus Stein in Form der platonischen Körper hatten, 1000 Jahre vor Platon. Das wirft die große Frage auf, woher sie dieses Wissen hatten. Aber das ist ein Ermittlungsansatz für ein weiteres Video. Es gibt 5 platonische Körper. Der Tetraeder, der Oktaeder, der Hexaeder, der Ikosaeder und der Dodecaeder. Jetzt schauen wir mal bei Wikipedia nach, was dort noch steht. Es zeigt sich, dass es, bis auf Ähnlichkeit, genau 5 platonische Körper gibt. Ihre Namen geben auf Griechisch die Anzahl ihrer Flächen wieder. Tetraeder ist ein 4-Flächner aus 4 Dreiecken. Ein Hexaeder ist ein 6-Flächner aus 6 Quadraten, auch bekannt als Würfel. Oktaeder ist ein 8-Flächner aus 8 Dreiecken. Dodecaeder ist ein 12-Flächner aus 12 Fünfecken, auch Pentagon-Dodecaeder genannt, da nur er nicht aus 3- oder 4-Ecken besteht. Ikosaeder ist ein 20-Fächner aus 20 Dreiecken. Die platonischen Körper sind konvex. In jeder Ecke des Körpers treffen jeweils gleich viele, gleich lange Kanten zusammen. An jeder Kante treffen sich zwei kongruente Flächen und jede Fläche hat gleich viele Ecken. Es ist also nicht möglich, irgendwelche Zweiecken, Kanten und Flächen aufgrund von Beziehungen zu anderen Punkten des Polyeders voneinander zu unterscheiden. Die Oberfläche setzt sich aus Flächen zusammen, sie sind also Polyeder. Sie sind konvex, es bestehen keine einspringenden Ecken oder Kanten. Die Kanten haben alle die gleiche Länge. Die Flächen sind untereinander alle kongruent, das heißt sie lassen sich durch Drehungen und Verschiebungen ineinander überführen. Alle Ecken haben gleiche Flächen- und Kantenwinkel, alle Flächen sind gleichseitig und gleichwinklig. Alle Ecken haben denselben Abstand zum Mittelpunkt. Aufgrund der Symmetrie von Ecken, Kanten und Flächen existiert eine Umkugel, eine Kantenkugel und eine Inkugel. Sie sind entweder Tetraeder, Hexaeder, Oktaeder, Dodecaeder oder Ikosaeder. Es gibt keine anderen Formen, die diese Bedingungen erfüllen und das macht diese Formen so einzigartig. Diese fünf platonischen Körper bilden auch Paare, beziehungsweise zu jedem konvexen Polyeder lässt sich ein sogenannter Dualkörper konstruieren. Hexaeder und Oktaeder bilden ein duales Paar, genauso wie Dodecaeder und Ikosaeder. Der Tetraeder ist zu sich selbst dual. Das heißt, es kann ein auf dem Kopf stehender Tetraeder in dem anderen platziert werden, bekannt als Verschachtelung, indem man alle Mittelpunkte der Flächen miteinander verbindet. Und dieser Vorgang kann in beide Richtungen unendlich oft wiederholt werden und veranschaulicht die Idee der Symmetrie in einzigartiger Weise. Es ist auch möglich, jeden platonischen Körper in der anderen Form ohne Fehler einzuschließen. Jedoch ist die Symmetrie nicht so perfekt wie bei den Dualkörpern. Also welchen Bezug haben die platonischen Körper zu Metatrons Würfel? Wenn wir der Einfachheit halber die zweidimensionale Form von 13 Kreisen nehmen und den Mittelpunkt eines jeden Kreises mit dem Mittelpunkt jedes anderen Kreises verbinden, dann erhalten wir dieses Muster. Hiermit haben wir die Parameter der abgeflachten, zweidimensionalen Version der platonischen Körper erschaffen, mit Ausnahme des Dodecaeder. Der Dodecaeder ist speziell, denn dafür muss man die dreidimensionale Version des Metatronenwürfels im goldenen Schnitt rotieren, um die fehlenden Linien freizulegen. Aber man kann die fehlenden Linien auf der zweidimensionalen Version hinzufügen, indem man diese Kanten durch den goldenen Schnitt teilt und die zusätzlichen Linien entsprechend einzeichnet. Dies war vermutlich auch der Grund, warum Platon und andere Gelehrte den Dodecaeder vor anderen geheim hielten, da dieser Aspekt des Wissens wirklich einzigartig ist und vielleicht glaubten sie, das würde zu viel Preis geben. Jeder platonische Körper wird auch mit einem Element in Verbindung gebracht, obwohl ich diese Verbindung an diesem Punkt als subjektiv erachte. Der Äther zum Beispiel ist bekanntlich eine formlose, nichtmaterielle Substanz und somit funktioniert die Assoziierung mit einer geometrischen Struktur nicht wirklich. Es wurde postuliert, dass der Dodecaeder tatsächlich mit den Himmeln und dem Kosmos assoziiert wird und interessanterweise vermuten amerikanische und französische Kosmologen, dass das Universum tatsächlich in der Form eines Dodecaeder geformt sein könnte, basierend auf deren Studium der kosmischen Hintergrundstrahlung. Es gibt dann noch weitere Formen, die aus den platonischen Körpern extrapoliert werden können. Diese sind bekannt als die archimedischen Körper. Wieder Wikipedia zitierend, Die archimedischen Körper sind eine Klasse von regelmäßigen geometrischen Körpern. Sie sind konvexe Polyeder, Vielflächler, mit folgenden Eigenschaften. Ihre Seitenflächen sind regelmäßige Polygone, also Vielecke. Alle Ecken des Körpers verhalten sich zueinander völlig gleich, also Uniformität der Ecken, und sie sind weder platonische Körper noch Prismen oder Antiprismen. Jeder archimedische Körper kann durch Abstumpfen aus einem platonischen Körper erzeugt werden. Bei vielen archimedischen Körpern deutet auch der Name darauf hin. Mit Abstumpfen eines Körpers ist hier gemeint, dass dem Körper beliebige Stücke weggeschnitten werden, dabei aber die Flächen des Körpers, in aller Regel verkleinert, als Flächen des abgestumpften Körpers erhalten bleiben. Diese Formen bedürfen eigentlich einer genaueren Beschreibung, aber dafür ist jetzt keine Zeit. Ich habe diese letzte Ableitung bis zum Schluss aufgehoben, denn sie führt uns zum nächsten Kapitel in dieser Videoreihe. Es ist bekannt als der goldene Schnitt und so wie der mathematische Wert der Zahl Pi ist es eine irrationale Zahl, was bedeutet, dass der genaue Wert niemals ermittelt werden kann, da ihre Generierung in einer unendlich langen Folge sich nicht wiederholender Zahlen resultiert. Die einfachste Art, den goldenen Schnitt darzustellen, ist der Natur erstes Muster, Vesica Piscis oder das Fischgefäß zu benutzen, obwohl es viele Wege der Darstellung gibt, etwa auch mittels der platonischen Körper. Ich werde dir nun den Vorgang der Berechnung des goldenen Schnittes zeigen. Wir starten mit der einzelnen Länge mit dem Wert 1 und dies als Radius benutzend ziehen wir einen Kreis. Der Durchmesser des Kreises hat natürlich den Wert 2. Der nächste Schritt besteht darin, einfach noch einen Kreis von identischer Größe mit dem Mittelpunkt irgendwo auf der ersten Kreislinie zu platzieren. Dies erzeugt die Vesica Piscis-Form wie zuvor erklärt. Wenn wir ein paar Hilfslinien einzeichnen, sollte die restliche Kalkulation einfach zu verstehen sein. Wir können nun ein einfaches rechtwinkeliges Dreieck mit den Werten 1 und 2 konstruieren. Eine Längeneinheit für die Höhe und zwei für die Breite. Die Länge der Hypotenuse kann mittels Trikonometrie berechnet werden. Wir verwenden nun diese Länge mit dem Wert von 0,5 und drehen sie um diesen Punkt hier, um einen weiteren Kreis zu ziehen. Dort, wo dieser Kreis die Hypotenuse schneidet, haben wir die finale Bestimmungsgröße für den goldenen Schnitt, welches diese neu erzeugte Länge entlang der Hypotenuse ist. Wir haben nun erfolgreich diese geometrische Beziehung namens goldener Schnitt gezeigt, welche einen Wert von ca. 1,618 hat. Dies kann auch zur Erzeugung der sogenannten goldenen Spirale benutzt werden, welche am bekanntesten in der Nautilus-Schale wahrgenommen werden kann. Der goldenen Spirale kann man sich mittels einer Zahlenreihe annähern, bekannt als die Fibonacci-Sequenz. Diese Beziehung ist ein Aspekt, den ich im nächsten Video besprechen werde, in dem ich auch heilige Geometrie in der Biologie aufzeigen werde und wie die Natur diese Prinzipien und Formen benutzt, um die Sinfonie des Lebens zu erwecken, die um uns hier herum passiert. Ja, Hinweis von mir, leider habe ich festgestellt, dass der Videoersteller keine weiteren Teile dieser Reihe veröffentlicht hat oder diese nicht mehr auffindbar sind. Das müsste ich mir also jetzt schon selbst ausdenken, den nächsten Teil. Nochmal Wikipedia. Die goldene Spirale ist ein Sonderfall der logarithmischen Spirale. Diese Spirale lässt sich mittels rekursiver Teilung eines goldenen Rechtecks in je ein Quadrat und ein weiteres kleines goldenes Rechteck konstruieren. Sie wird oft durch eine Folge von Viertelkreisen approximiert. Ihr Radius ändert sich bei jeder 90-Grad-Drehung um den Faktor Phi. Das Pentagramm, eines der ältesten magischen Symbole der Kulturgeschichte, steht in einer besonders engen Beziehung zum goldenen Schnitt. Zu jeder Strecke und Teilstrecke im Pentagramm findet sich ein Partner, der mit ihr im Verhältnis des goldenen Schnittes steht. In der Abbildung sind alle drei möglichen Streckenpaare jeweils blau, längere Strecke und orange, kürzere Strecke markiert. Sie lassen sich über das oben beschriebene Verfahren der stetigen Teilung nacheinander erzeugen. Im Prinzip ist es damit in das verkleinerte Pentagramm fortsetzbar, das in das innere Fünfeck gezeichnet werden könnte und damit in alle weiteren. Stünden die beiden Strecken in einem Verhältnis ganzer Zahlen, müsste dieses Verfahren der fortgesetzten Subtraktion irgendwann null ergeben und damit abbrechen. Die Betrachtung des Pentagramms zeigt aber anschaulich, dass dies nicht der Fall ist. Der goldene Winkel wird erhalten, wenn der Vollwinkel im goldenen Schnitt geteilt wird. Dies führt auf den überstumpfen Winkel, der ca. 222,5 Grad beträgt. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.